WIRT Baustellen Projektmanagement. Was ist das eigentlich? Wir im BPM erhöhen die Effizienz unserer Kunden bei ihren Bauprojekten. Von der Planung über die Belieferung bis zur Dokumentation unterstützen unsere Spezialisten über den gesamten Bauablauf hinweg. Mit innovativen Produkten, cleveren Services und professionellen Ingenieurleistungen. Unsere Außendienstmitarbeiter betreuen Bauunternehmen und Betriebe der technischen Gebäudeausrüstung in ganz Deutschland. WIRTEIGENE Vertriebsingenieure beraten Planer und Investoren und sind so bei neuen Projekten von Anfang an involviert. Die hochqualifizierten technischen Key Account Manager begleiten die Kunden in ihren Fachgebieten technische Gebäudeausrüstung, konstruktiver Ingenieurbau, Verankerungstechnik, Brandschutz und Holzbau über den gesamten Bauprozess. In unserem eigenen Ingenieurbüro werden die Anforderungen unserer Kunden und aus ihren Projekten geplant und berechnet. Auf dem Baufeld stellen Baufeldverkäufer die Versorgung mit den erforderlichen Produkten sicher. Wir liefern im BIM-Modell geplante TGA-Module vorgefertigt und vollbestückt, just in time und just in place an den Einbauort. Mit unseren Baulock-Logistiklösungen wird vorkonfektionierte und vorkommissionierte Ware direkt auf das Baufeld und an den Montageplatz geliefert. Das Baulock-System bietet von der Servicebox über das Mietmagazin bis zum Shop auf der Baustelle vielfältige Möglichkeiten. Auch im Bereich von Holz-Beton-Verbundbauwerken bieten wir professionelle Beratung und innovative Produkte. Mit Relast haben wir eine bauaufsichtlich zugelassene Lösung für die Revitalisierung vorhandener Gebäudestrukturen. Sowohl im Hochbau als auch auf Infrastrukturbaustellen. So können Bauwerke im laufenden Betrieb tragfähiger gemacht werden und halten den immer mehr steigenden Verkehrslasten in der Zukunft stand. Das verbessert entscheidend die CO2-Bilanz. Mit dem i-Block hat WIRT ein innovatives Produkt für die Abschottung von Deckendurchführungen. Ein effizientes Brandschutzsystem, das gewerkeübergreifend maßgeblich Arbeitsaufwand einspart. Bei technischen Anwendungen, Berechnung, Verwaltung und Dokumentation unterstützen ausgeklügelte Softwarelösungen. Wir leisten viele Beiträge zur Steigerung der Produktivität, Verbesserung der CO2-Bilanz, somit zu mehr Nachhaltigkeit und wirken dem Fachkräftemangel entgegen. WIRT Baustellenprojektmanagement WIRT Baustellen WIRT Baustellen WIRT Baustellen WIRT Baustellen